hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge gold rush the game auf unserer parzille an unserem fluss und hoffentlich bald mit unserem ersten gold ich habe das fahrzeug rüber gefahren und ich weiß dass wir jetzt irgendwo die pen aufstellen also hier unsere waschanlage aufstellen müssen und dann können wir anfangen zu buddeln und dann können wir gold schürfen ich muss gerade mal kurz was gucken unload zone ist hier quasi mein lager ich habe festgestellt es ist hier eine neue halle dazu gekommen es ist hier was zum verkauf ach so ich kann hier meine maschinen direkt verkaufen okay kann also hier selling area okay da kann ich alle sachen zum verkaufen hinpacken ich habe hier eine halle mit regalen um offensichtlich was einzulagern okay die ist neu die war beim letzten mal nicht da fast travel fast travel auf jeden fall die war vorher nicht da das hier hinten ist ja quasi die eigentliche mine wenn wir denn fahrzeuge haben dafür wäre ja hier hier ist der boden wo wir alles abschürfen könnten wo wir auch eine waschanlage hier oben eine minenanlage hinstellen könnten hier oben sind ja die vorgaben wo man die großen anlagen hinsetzt da hinten haben wir unseren wohnwagen zum schlafen unser zelt zum gold schürfen ist auch da trailer gold hook pen dickzeit da kommt die hook pen hin da haben wir auch das ganze hätten wir schon einmal und schüsseln gehabt stimmt da war was die hätten wir gar nicht kaufen brauchen egal hier können wir unser gold waschen also es ist eigentlich im endeffekt vollkommen egal was wir haben haben wir so hier können wir gold glenn bank hier können wir direkt zur bank stimmt später arbeiter eingestellt da war ja was ja muss alles freischalten so dann lass uns doch mal ganz kurz unsere hook pen entladen ich stehe hier zu weit vorne ne ich fahre ein stück weiter rein so stimmt da war was aber hey was wir haben das haben wir so also wir fahren mal zum zelt durch weil da drüben haben wir unsere buddell area hätte jetzt was gesagt aber ich glaube ich habe tschuldigung dass ich fast niesen müssen so also dann entladen wir was haben wir denn hier feines den brauchen wir also dem fall erstmal nicht ich bräuchte den zuerst dann wird das nicht hier hin doch das geht warum lässt du mich das jetzt warum sagst du mir nicht wie es hingehört normalerweise sagt er doch immer wie was wohin gehört oder müssen wir dazu erst die waschrinne platzieren ich sehe nix sie sehen sehen sie nix ich glaube ich habe es falsch platziert ja ich habe es falsch platziert siehst du so den unteren teil haben wir noch nicht weil der wobei hätten wir kaufen können bei 117 dollar drei siehst du drei lagen fürs erste so dann brauchen wir den und das erste was wir auf jeden fall uns kaufen sobald wir gold haben ist die erweiterung der rinne nach unten hin dass wir da auf jeden fall weiter schürfen können nicht schürfen können sondern dass wir eine höhere goldausbeute haben so jetzt habe ich zwei ah zwei und zwei okay also in dem fall doch nur zwei matten für das erste wie gesagt ist jetzt natürlich die frage hätte sich es gelohnt hätte sich gelohnt vielleicht die größere rinne zu kaufen ich denke mal preislich gesehen schon na einer geht noch passt so also preislich gesehen hätte es sich auf jeden fall gelohnt so gucken wir mal so gucken wir mal so so Ah, wenn man das später dann nicht mehr manuell machen muss. Ups. Da freue ich mich immer, wenn du dann die großen Maschinen hast. Und auch wenn du mit dem Bagger hantierst und sowas alles. Hä? Achso, da ist ja gar nichts mehr drin. Ich spüle mir das gerade quasi wieder raus. Das wäre natürlich jetzt sehr geschickt und schlau. Also Ziel ist es auf jeden Fall, die erste Saison so weit zu kommen, dass wir auf jeden Fall größere Maschinen haben. Was, denke ich mal, auch kein Problem sein wird. Weil wir haben ja noch 10 Tage bis Sommer. Wir haben ja erst 12.44 Uhr. Und wir können ja quasi rund um die Uhr schürfen. So. Ups. Na. So. 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 Also wir kriegen jetzt am Anfang sowieso nicht so viel Gold raus. Das ist jetzt quasi wirklich nur, um erstmal überhaupt klar zu kommen. Mit unserem irischen Gold-Unternehmen in Alaska. Aber wir können halt quasi die erste Fuge Gold, die wir jetzt machen, können wir dann quasi dafür nutzen, dass wir das ganze Geld, also das ganze Gold dann einmal verarbeiten lassen. Und dann kaufen wir uns dafür die nächste Waschrinne plus noch ein Sieb, dann haben wir auf jeden Fall eine Erweiterung. Dann sind wir ja schon mal ein bisschen besser aufgestellt. Dann könnten wir theoretisch, dazu bräuchten wir aber Benzin und dementsprechend einen Generator und eine Wasserpumpe. Und dann könnten wir das ganze waschtechnisch hier schon mal automatisieren. Was uns dann wieder unterm Strich mehr, weniger Zeit kostet. Aber ich meine, du hättest jetzt auch beigehen können und hättest mit einem Eimer, einer Waschpfanne und so einem Zuber hättest du auch anfangen können. So, wir haben 27%. Ich würde es halt gerne einmal voll machen und dann einmal gucken. Was da unterm Strich bei rauskommt. Aus einer vollen. Aus vollen 7, wie ich das gesagt habe. Aus vollen Matten. So, dann kommst du mal wieder her. Ich hätte mal, ich hätte tatsächlich mal Bock, so reell, reell Gold zu farmen. Einfach mal so, so mal zu gucken. Und mal so ein bisschen zu schürfen und mal selber sowas zu finden. Jetzt nicht, nicht groß gewinntechnisch gesehen. Aber so, einfach mal so diesen, diesen, dieses Gefühl, wenn man dann so Gold findet. Na, hätte ich mal. Würde ich gerne mal machen. So. Dann schaufeln wir und schaufeln wir. Wir schaufeln, schaufeln, schaufeln. Ich weiß, es ist jetzt nicht gerade die spannendste Anfangsarbeit. Das ist mir, ist mir bewusst. Ist halt viel mit Schaufeln verbunden. Irgendwie leuchtet da immer noch dieses Geschichtssymbol. Ich kriege es bloß nicht weg. So, wir können doch mal Gedanken machen. So. Können auf jeden Fall, wir werden in der nächsten Folge mal Richtung Richtung Cleanout und dann mal gucken. Und Verkauf vom Gold die Waschrinne erweitern. Und dann können wir bei der Gelegenheit auch gleich mal gucken, was eine Pumpe kostet. Pumpe und Stromgenerator. Na, theoretisch haben wir hier auf jeden Fall jede Menge an Handgold. Wir können ja hier quasi das ganze Gebiet können wir ja quasi abschürfen, so wie wir es jetzt gerade auch machen. Und können erstmal hier das Gold rausholen. Ich meine, die Mine ist erschöpft, wenn wir tatsächlich keinen Boden mehr haben zum Verarbeiten. So lange können wir tatsächlich hier schürfen, 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 schürfen im ersten Grund. Bevor wir umziehen müssen. Und wenn man sich jetzt mal hier den Handboden anguckt, haben wir hier ordentlich noch was vor uns. Ich freue mich auch schon, wenn es dann darum geht, Mitarbeiter einzustellen und wir die großen Maschinen bedienen lassen können. Zwei noch. Zwei noch. So. Wie viel haben wir noch? Joa, da passt noch ein bisschen was rein. Dürfte schon wieder passen. Ich denke mal, einmal können wir noch. So. So. Jetzt sollte es gleich voll sein. Liebe Lüth, ich würde aber sagen, das soll es für euch für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.